So, der Timer erläuft. Wir suchen heute also die Rezepte für die Haustiere, die man bauen kann, wenn man die Konsole in Firmzuflucht entsprechend ausgebaut hat. Und wir starten mit einem Rezept vom Mikrolikid. Bei 28,50 Uhr befindet sich versteckt hinter den Bettblättern des fliegenden Baumes. Ich wollte Betten sagen, aber ja, Bäume mit Betten, ich weiß nicht, eine Art Baumhaus wäre das dann. Ah ja, schaut mal hier. Auf dieser Wurzel kann es quasi liegen. Bauplan Reassimilierung. Reassimilierung, es sind wieder tolle deutsche Worte. Ja, bei diesem Bäumchen, wir gucken auch nochmal auf die Karte vorne, dann könnt ihr jetzt auch gerne rankommen. Wir haben es einmal eingesammelt. Wenn ihr seht, wir haben es gelootet, dann tretet gerne ran. Hier haben wir diesen fliegenden Baum und wenn ihr da auf die Kugel geht, müsstet ihr es da oben liegen sehen. Rezept, das Multihuhn bei 53,72 befindet sich innerhalb des Schatzes verwechseltes Ovoid. Wenn ihr den Schatz lootet, bevor ihr die Schmiede freischaltet, liegt das Rezept dort separat rum. Alles klar. Wir sind in der Höhle und hinter dem Hühnchen liegt quasi ein weiterer Bauplan für das Multihuhn, Leute. Für das Multihuhn. In dieser Höhle, hinter dem Quallenspawn, wenn man so will, da in der Ecke. Jetzt kommt was Schwieriges. Rezept Proto-Prickler bei 58,74 befindet sich innerhalb einer Kette bei Hirocon-Wasserfällen. Das ist ein kleines Jumping-Puzzle. Ihr müsst sehr vorsichtig laufen. Okay, ein kleines Jumping-Puzzle. Wir porten uns erstmal hier hoch. Sehr schönes Hexer-Tor. Und wir müssen sehr, sehr vorsichtig laufen. Okay, wir kommen erstmal hoch. Das ist jetzt natürlich Schatten-Tor und Hexer-Tor in der Kombi. Da können wir mit unseren lieben Hexern immer so ein bisschen was ändern. Ganz nah an die Kante und ran zoomen. Nein, das liegt hier hinter den Blättern oder was? Oh Gott. Ja, Shy hat's. Okay, ich sehe Malverid. Ich glaube, ein Stück kann ich noch. Oh, okay. Hier ist die Kette. Wow. Oh mein Gott. Welcher Sadist hat denn das versteckt? Versteckt? Was? Junge, was zum Teufel? Alles klar. Wir sind jetzt quasi über, über diesen Fällen, ja. Über diese kleinen Säulen hier hochgehüpft. Und da in diesem Kettenglied, da kann das Rezept... Kann man die Gruppe vielleicht noch aufmachen? Ungern. Weil wenn wir einmal damit anfangen, dann sind wir gefühlt alle drei Minuten dabei, die Gruppe wieder aufzumachen. Darum arbeiten wir ja mit den Koordinaten, ne. Das heißt, wer vielleicht selber auf seinem Server, bei der anderen Fraktion oder ein paar Tage später mit bzw. hinterherlaufen möchte, der kann das dann parallel einfach tun. Rezept Plage Viperit bei 5877 befindet sich in dem Schatz Bibliotheksarchiv, konnte schon vor dem Herstellen der Protosynthese-Schmiede erbeutet werden, wo wir in dieser Ecke von den Kampagnen und Weltquests ja noch gar nicht waren, oder? Hier sind ja ganz viele Frösche, Junge. Ach, was für ein schöner Ort. Wilde Zeiten. Hab's mir auch gerade geholt. Lauf euch so nach. Ja, das geht zum Beispiel auch, ne. Deswegen hat Mavrid das ja so schön gemacht mit den Koordinaten und, und, und. Deswegen ist das hoffentlich okay und verständlich, dass wir dann nicht jedes Mal noch hinterher porten, ne. Ist ja in dem Sinne keine große Gruppenquests, wo jetzt mega heftige Elite-Mobs auf uns eintrommeln. Und hier wäre es dann. Ja, hier in dieser Höhle, wir gucken nochmal auf die Karte, bei den Koordinaten 5877 und in dieser Höhle findet man also in der Ecke ein weiteres Rezept. Der nächste Schatz ist der mit Abstand Reudigste. Er ist auch hier in der Höhle. Bitte nur Shy und Craft mitkommen, sonst wird es zu eng. Okay, ja, ich als fetter Tauren, warte, ich kann ja auch mal ein Kostüm anmachen, Freunde. Es wird wieder Reudig, insofern guckt am besten im Stream zu, was wir jetzt machen. Und dann geht es hinterher, lass mich raten, wir müssen auf die Regale drauf oder so. Mal schauen. Schnecki, bei 5777 befindet sich am Ende einer Höhle an der Wand in einer höheren Position. Man braucht Teleporter-Fähigkeiten, um es erreichen zu können. Okay, wir gehen also hinter das Regal. Wir werden sehen. Da reinporten ins Regal. Okay, irgendwie so vielleicht. Mal sehen. Na, das war einmal nichts. Ah, da hat es geklappt. Okay, warte. Wo war das? Ich glaube, da in der Kante drin. So ungefähr. Mal gucken mit dem Gnom. Ah ja. Ah ja, ah ja. Ne, wird leider nur so zugänglich sein. Sind halt kleine Secrets. Ja, ist aber schon sehr krass. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. So. Ähm. Ist das jetzt besser? Ja, na ja. Also, ich stehe. Im Stream könnte es ja mal kurz rausgehen und es vorführen, damit es im Stream gesehen wird. Nur nicht bewegen, ich inf dich dann wieder. Ja, wir können es ja in der Tat mal testen, ne? Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht auch Pech. Kann passieren. Dann gehe ich mal ganz kurz raus. Ich gebe dir gerade Lead. Und leaue kurz die Gang. Und wir gehen mal rein bei, was weiß ich. Ja, Anthros War Mord aus. Gucke. Da können wir mal probieren. Zeret Mord ist Rare Runde. Vielleicht auch da mit rein. So, mal gucken. Ich werde gefaced. Und da ist es. So einfach kann es sein. Ja. Wir looten das schnell. Da liegt es also in dieser Wabe drin. In dieser Wabe. Und dann gehen wir natürlich schnell wieder raus aus der Gruppe, weil wir keinem dauerhaft den Platz klauen wollen. Der hoppelnde Leporit bei 58,74 oben auf dem schwebenden Baum. Man braucht Fliegen oder andere Teleportfähigkeiten, um es zu erreichen. Gut, wir porten uns also hier hoch. Wir gucken nochmal auf die Karte. Wir gucken nochmal auf die Karte. Da unten, über diesem See sind wir. Und wuseln jetzt hier rüber. Und versuchen auf diese Kugel zu kommen. Jawohl. Und da liegt es. Okay. Da liegt es. Leider haben wir keine Schattentoraufladung mehr. Quasi in diesem Baumring. Oder besser gesagt auf diesem Baumring. Und da dann am besten von dieser Kugel aus über dem See hier hoch porten. Wühlender Wombarder bei 74,51 befindet sich im Gebäude, erreicht den ersten Raum und geht dann einmal rechts und zweimal links. Das Rezept liegt am Boden bei einigen Steinen. Hier waren wir drin. Ja, diese Quelle, die Quelle der ersten ist das. Wir gehen also rein in diese Höhle. Bei den Koordinaten 39,36 ist der Eingang. Und dann wuseln wir Malvert einmal hinterher. Ja, jawohl. Ich mit meiner geilen Wogenform, ne? Ausgezeichnet. Und sind dann hier in diesem Raum ganz hinten in der Ecke. Ja, hier hatte man glaube ich so einen Architekten für diese Quest besiegen müssen. Und hier, ja, liegen Steine und da liegt auch diese Rezeptrolle, Leute. Dann kommt herbei Wilder Skarabit. Bei 61,42 befindet sich an der Seite der obersten Plattform, wo das defekte Konstrukt steht, auf der linken Seite. Das war ja gefährlich. Wir machen gerade Petfarm-Route, genau. So, folgt mir. Ja, da drüben. Da ist er, unser X. Okay. Wir sind da. Da hüpfen wir runter. Jawohl. Dann stehen wir hier. Nein, hier drunter. Oh mein Gott. What? Hier drunter, Leute. Okay. Gönnt euch mies. Versteckt unter diesem Podest quasi, wo der dicke Koloss steht. Koordinaten hier auf der Karte. Sehen wir es nochmal, ne? 60,42. Schreckensmedusa. Bei 67,32 befindet sich oben auf einer Säule. Gleitet von einer erhöhten Position aus dorthin oder nutzt Teleporter-Fähigkeiten. Okay. Schreckensmedusa. Ist ja auch ein wilder Name. Wir sind jetzt hier oben bei den Koordinaten 67,32. Und die Info war ja, entweder Teleport-Fähigkeiten oder von weiter oben Eier, da sehe ich es schon, dahin gleiten. Hier auf der Ecke liegt es, Freunde. Kommt gerne hoch. Holt euch das Teil. Nächstes Rezept ist noch nicht erreichbar. Hier kurz die Infos dazu. Omnipotentialkern benötigt Verständnis des Altesischen und den Erfolg ein Mittel zum Zweck. Sobald ihr beide Anforderungen erfüllt habt, geht zu 5027, um den geheimen Teleporter freizuschalten. Okay. Ein geheimer Teleporter. Alles klar. Holt euch beim entsperrten Teleporter mindestens 60 kosmische Energie, geht zu Gravit Repose und teleportiert euch dann zum Inner Locus. Auf dem Inneren Locus findet ihr eine zweite Locus-Verschiebung namens Arke Locus. Das klingt gerade alles noch sehr unverständlich. Wenn wir allerdings diese Stränge freigeschaltet haben, dann werdet ihr sehr schnell wissen, was mit kosmischer Energie und mit Locus usw. gemeint ist. Das ist nicht das, woran ihr jetzt denkt. Verwendet diesen, um euch zum Rondur Alcove zu teleportieren. Im Rondur Alcove seht ihr, seht ihr, seht ihr, zwei Jumping Puzzle und eine verschlossene Tür mit einem riesigen Bogen. Das Rezept befindet sich im oberen Teil des Bogens. Hier helfen dann wieder Teleporter-Fähigkeiten. Okay. Okay, ziemlich viel Locus, liebe Leute. Und davon hat sich jetzt sicherlich jeder kaum etwas gemerkt, aber darum haben wir es ja dann als Wot. Darum schneide ich auch die YouTube-Version und dann kann man, wenn man diese Orte frei hat, das nochmal kurz auf die Ohren packen und dann läuft das sicherlich. Ampestiden-Flitzer bei 78,53 und befindet sich auf der Insel vom Raid unter Wasser. Aktuell kann es nur einmal gelootet werden und respawnt dann nach einer gewissen Zeit. Der Frosch ist aggressiv. Oh no. Miese Frosch, da sitzt er. Okay, Elite. Ja, ich erinnere mich an den. Ich erinnere mich. Okay. Und das ist unter Wasser, wurde gesagt. Sollen wir den töten? Kann man den töten? Nee, kann man gar nicht. Was ist mit dem? Drückt er mich maybe runter? Hüpf. Nee, ne? Der Frosch ist einfach aggressiv. Die miese Sau. Und hier hinten, maybe in der Ecke. Oder da unten. Ah, da. Da liegt es. Okay. Hier in der Ecke. Den nächsten habe ich selber noch nicht. Rezept Resonantes Echo hat eine Chance von kristallisiertes Echo zu droppen. Und die befinden sich bei verschiedenen Positionen. Okay, das hat eine Chance zu droppen von Echos. Die Flaute wird kommen. Absolut. Ja, definitiv. Wenn auch nicht vieles klar ist, dann doch einiges. Und da könnte das sein. Ah, mit diesen Noten. Okay, das haben wir uns beim letzten Mal ja schon in dieser Form. angesehen und uns gefragt, was das soll. Das sind quasi Echos. Und bei diesen Echos kann quasi auch was droppen. Okay. Das ist interessant zu wissen. Hier ist noch ein Haustier. Habe ich das schon? Den habe ich noch gar nicht. Oha. Muss ich hier drüben noch ein paar suchen. Hier ist auch so ein Echo. Okay. Außerhalb der Höhle. Ja, Koordinaten 77, 60. Eben waren wir in der Höhle drin. Diese große hier beim Raid. Ich kann ja die Karte nochmal zeigen. Hier drüben. Jawohl. Guck mal. Die ersten haben sogar geometrischerweise die Questabgaben hier richtig angeordnet. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Hör mal. Das ist ja großartig. Eben waren wir hier in dem großen Wasserbecken am Rand beim Wasserfall. Und hier im Süden davon ist quasi die Höhle. Und da in der Nähe dann auch dieses Echo Maverick hat ja gerade die Koordinaten nochmal geteilt. Bisschen hoch. Ach da. Ah. Da oben. Okay. Ich dachte hier im Wasser. Schön bei diesen ganzen Sprenglern. Nee. Da oben. Da sind die Noten. Ja. Höher schauen, Leute. Da könnte es sein. Okay. Rechts vom Frosch. Ja. Kann man dann ja schön verbinden. Vielleicht hat man ja Glück. Da kriegst du auch zum Teil Kopfschmerzen hier bei den Huten, die wir schon genommen haben. Aber die gute Art. Die gute Art. So. Da oben. Da oben soll noch was sein. Oder noch höher. Aha. Siehe da auf den Wasserfall. Noch höher. Okay. Ah ja. Hier ist auch noch so ein Echo. Junge. Das ist ja mega geisteskrieg. Mit Maverick auf Tour. Genau. So sieht das aus. Und hier sind auch noch so ein paar Noten. Wir gucken nochmal auf die Karte. Das ist jetzt quasi genau die entgegengesetzte Richtung. Und da oben könnte quasi auch nochmal ein Rezept sein. Jo. Interessant, wie viele Positionen es davon einfach gibt. Holy hell. Wir hüpfen wieder rein. Zack. Rezept. Aggressiver Putrit. Belohnung von der Daily Quest Putt Putt Bumm. Okay. Das klingt nach einer sehr guten Quest zu mich. Und das ist der stabilisierte Geomentar droppt vom Boss LiHuWim aus dem Raid. Okay. Auf allen Schwierigkeitsgraden nach aktuellem Stand. Dann sind wir anscheinend schon durch mit dieser wunderbaren Runde, Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitkommen. Vielen, vielen Dank natürlich auch an unseren Reiseleiter, an Melvred, der das hier wieder wunderbar vor, wie auch aufbereitet hat und uns hier einmal durchschlängeln konnte. Ich hoffe, jeder hat so ein bisschen was bekommen oder konnte zumindest Eindrücke sammeln und sich so ein paar Stellen merken, wo man dann demnächst nochmal gucken kann. Und er macht sich jetzt gleich nochmal auf, um selber Server zu hoppen oder, oder, oder. Ja, sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank.